Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tages-Taro am 16. Oktober 2017 Was vermittelt uns diese Taro-Karte für den heutigen Tag? Wir sollen heute weniger auf unserem Verstand hören, sondern mehr auf unseren Gefühlen. Die innere Stimme ist gerade die beste Ratgeber und danach sollten wir handeln. Was sagt unserem Gefühl dazu? Es kann sein, dass wir ein bisschen unsicher fühlen oder wir zweifeln an etwas. Aber wir sollen diese Unsicherheit, diese Zweifel überwinden und unseren Gefühlen im Gleichgewicht halten. Es ist auch ein gewisser Rückzug und es ist auch klug nachzudenken, nach innen schauen oder meditieren. Auf jeden Fall sollten wir unseren Gefühlen bewusst wahrnehmen. Im Karten steht das Symbol für Krebs und es symbolisiert nicht nur die Gefühlen, sondern auch Familie. Und es kann natürlich auch ein Familienzuwachs auch bedeuten. Diese Taro-Energie beeinflusst unserem Leben, aber es ist allgemein. Wie trifft es Sie persönlich? In welchem Energiefeld befinden Sie momentan? In welchem Zeitqualität? Natürlich können Sie das auch nachfragen oder haben Sie andere Fragen, was den Alltag betrifft. Wie zum Beispiel, bleibe ich in dieser Arbeit? Soll ich diese Schulung machen? Bekomme ich einen Arbeitsvertrag? Soll ich umziehen? Dann, was die Liebe betrifft, immerhin ist es auch wichtig, wir reden auch über Gefühlen. Also Thema, liebe Partnerschaft, steht jetzt in die erste Stelle. Kommt eine neue Partnerschaft? Kommt eine Begegnung? Oder meldet er sich wieder? Sehe ich Ihnen die kommenden Tage? Bekomme ich eine Nachricht? Wie stehen die Chancen gerade? All diese Fragen können Sie stellen und als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert ein Blitzberatung? Sie schreiben ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.com Dann können Sie Fragen stellen. Und ich werde diese E-Mails natürlich auch blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.